Ich bin gefühlt auf den 20. Festival diesen Sommer. Aber heute, Leute, heute sehen wir Justin Bieber. Bei Dua Lipa waren wir auch relativ früh da, aber es hat echt nicht mehr für einen guten Platz gereicht. Aber wir haben einen Schlachtplan. Wir stellen uns jetzt 8 Stunden vorher an die Mailstage. Es muss einfach für einen guten Platz reichen. Gönn doch jetzt. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Eigentlich müssen Leute warten, überhaupt nicht reinzukommen. Wir stehen erst seit 40 Minuten in der Sonne und... Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es wird ernst, Freunde. Entschuldigung, mein Hut. Ich kann nicht mehr. Wir haben alle so Durst, aber jeder Tropfen Wasser ist Risiko, pissen zu müssen. Ich kann es nicht glauben, dass wir es wirklich jetzt fast geschafft haben. Gleich ist es soweit. Ich brauche jetzt wirklich was zu essen, sonst esse ich mich selbst.